Ah, gut, dann MrSportTV hier. Wir haben Montag halb sechs. Es kann sein, wenn das Video morgen erscheint, dass es dahin schon neue Infos gibt. Dann hau ich direkt noch ein Video danach rein. Und zwar geht es natürlich um den Spielabbrauch zwischen Zwickau und Essen. Da gibt es natürlich viel, viel zu reden. Erstmal denke ich mir, es gibt ja ein Video davon. Der Typ, der hat den Becherwurf, er hatte keinen Becherwurf gemacht, sondern den Bierbecher so gemacht und komplett voll gespritzt. Erstmal zu dem Typen. Der ist von der Seite voll drauf, dreht sich auch noch. Ich weiß noch, ob die ihn gefangen haben, also auf der Kamera ist es nicht drauf. Wäre lustiger gewesen noch, wenn die Ordner ihn da direkt weggenommen hätten, dass man das auf der Kamera gesehen hätte. Aber der hat so eine auffällige blaue Jacke an, dass man den auch als er hochgegangen ist, schon, ja. Ich glaube, das war auch auffällig bei mir genauso. Bei mir würde man es ja auch sagen, ey, der mit dem Buckel war es. Schwere Skoliose hat einen Buckel. Die würden alle sagen, hier, der mit dem Buckel, der mit dem Buckel war es. Deswegen könnte ich nie Pyrus zünden. Aber, und das ist das Ding. Der geht an die Arbeit, wenn er Arbeit hat. Die sind alle Zwicker-Fan. Die würden ja sagen, ey, bist du dumm oder so. Entscheidungen, was das bis dahin da war, hin oder weg. Dazu kommen wir nämlich gleich noch. Kommen wir zum Erb, wie daraus alles entstanden ist. Zwickau hat er geführt mit 1 zu 0. Alles schön und gut. Und dann gab es da eine Notbremse. Also wie gesagt, 36 Minuten, Zwickau 1 zu 0. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo man merkt, ist ja klar. Notbremse. Ich mein, Putzen hält den also hält Jung im Laufduell als letzter Mann und, äh, glaube ich sogar mit dem Tritt unten in die Hacke. Ja, aber war für mich auch eine klare rote Karte. Und dementsprechend, ja, Freistoß, Notbremse. Die Freistoße getreten. Und der Ball geht an den Elnebogen, ne? Ja. Hm. Dementsprechend gibt es 11 Meter. Und gelb noch für Zwickau. Die Proteste waren laut von Fans von Spielern. Die machen es 1 zu 1. Dann kann der Halbzeit pfiff. Dann sind natürlich da alle eskaliert. Zuschauer werfen Gegenstände auf die Plätze auf den Platz auf den Rasen und der Schiedrich hat noch gewartet gewartet bis er etwas beruhigt hat und geht dann rein. Natürlich deutliche Worte man kennt es ja da da muss man so hinwegsehen ist ja doof trotzdem und dann der eine und dementsprechend ja von komplett nass geworden und hat dann in der Kabine für sich selbst entschieden er geht dann nicht mehr raus. Und ich weiß dass manche sagen wenn er ist ein bisschen nass geworden ja es geht ich finde immer lustig wenn die Leute sagen guck mal Aua ein Plastikzeichen Aua ein Plastikbecher habt ihr mal einen halben Kilo Plastikbecher hinten in das Ding getan und ihr müsst ja bedenken und lacht mal in die Becher ist 0,5 drin ungefähr oder 0,4 und wenn der 0,3 ist 300 Gramm oder schön mit der Kante und ihr müsst mal den Schwung der fällt dir auch noch so in den Nacken kommen sollt ihr mal einfach einen Nackenklatscher geben mit der flachen Hand wisst ihr wie das auch wehtut und wenn das dann noch und der Nackenklatscher ist ja verteilt der Becher ist ja an einer Stelle und wenn du die richtige Stelle erwischt dann zackst du es zusammen das ist wie wenn du hier irgendwo einen Nerv trifft dann zieht sich auch einfach durch den kompletten Arm das von daher oder hier das ist auch so was wenn du hier machst geht auch mal komplett durch irgendwie sowas irgendwo hier keine Ahnung und das ist das Ding also es ist schon schmerzhaft ja der Bier welcher das Bier nicht aber und jetzt kommt das große aber er muss ja auch die Sicherheit für sich und sein Team im Kopf haben klar er hat sich jetzt nicht verletzt und es hat nicht weh getötet ja getan aber stellt euch mal vor er geht raus dann kommt wieder ein zweifelhafter Pfiff und die Leute werfen wieder Gegenstände und treffen dann den Linienrichter die Sicherheit war nicht mehr für die gegeben Punkt kann ich verstehen weil es wurden ja mehrfach Gegenstände geworfen in allen Ecken und wie gesagt dann das Ding ich kann die Entscheidung nachvollziehen und ich würde auch die Entscheidung nachvollziehen wenn die gegen uns getroffen werden würde wenn ich ja beeinträcht ja keine Ahnung kann ich es komplett verstehen ich finde die Becherwürfe grundsätzlich auch scheiße aber wie gesagt hier kein Becher geworden ist aber es muss jetzt sein ich hasse so etwas was was folgt jetzt also es gibt für Essen die ja Aussätze gespielt haben ist eigentlich klar dass das ein Zwickauer war was dann würde ich doch mir als Essener einfach eine Zwickaujacke holen denen das Bier in der Schütter fand ich drei Punkte sicher auch mal so gedacht ähm Entschuldigung kann man ja machen aber Fakt ist dass Essen jetzt gut dasteht Zwickau hat ja der Sprecher hat ja selbst gesagt ja die können weder die können Punktabzüge bekommen weil oder das Spiel verloren bewertet weil die stecken so tief im Abstiegskampf drin vorletzter Platz 19 sie haben sechs Punkte sieben Punkte acht Punkte Rückstand auf also an sich sieben Punkte plus die Schleiter Durchdifferenz Rückstand und das ist halt schon einiges wenn es jetzt noch Geldstrafe gibt ist es für den Fall auch scheiße der jetzt in die Regionalliga absteigt das geht halt gar nicht sie hoffen auf Wiederholungsspiel Wiederholungsspiel finde ich aber unfair weil guck mal es steht 1-1 bis ein Mann weniger und dann soll Essen sagen nö wir spielen da 11 gegen 11 nö wieso wenn man sich für eine Spielfortsetzung entscheidet also dann das sagt sie schon Spielfortsetzen man trifft sie für 45 Minuten und dann wird gespielt Punkt von da an nur die zweite Halbzeit du kannst nicht sagen ja mit einmal weniger und so steht 1-1 fangen wir bei 0 an nö also da finde ich auch dass wir Essen unfair gegenüber von daher bin ich mal gespannt oder die sagen vom grünen Tisch jo das geht automatisch an Essen jetzt die Worst Case plus Geldstrafe plus vielleicht eine Auflage dass das nächste Spiel auch ohne Fans ist kann auch gut sein oder auch für Währung kennen wir nämlich auch gut aus aber Fakt ist dass ich unfair finden würde wenn das Spiel wiederholt wird auch ohne Fans wenn dann eine Fortsetzung also the best case wäre für Zwickau eine Spielwiederholung the best case das zweitbeste wäre das Fortsetzen des Spiels weil sie dann vielleicht das 1-1 auf die Bühne bringen vielleicht machen die auch selbst das 2-1 in Unterteil man weiß ja nicht alles andere wäre schon schlimm für die aber naja was soll's wir können gespannt sein wie das noch entschieden wird in Frankfurt in der Nachbar ja unweit vom Waldstadion entfernt und ich sag Arrivederci bis dahin und ciao ciao